Bombs Bombs Wollen wir hinlegen Ah, jetzt will sie sich wieder trennen Hehehe, ich hab die eingeholt Ja okay, klar Kurz vorm Ende natürlich wieder denken sie Ich will erster werden, mir gehört das Breitgeld ganz alleine So, tschüss So, 3 von 5 abgehakt Keinen einzigen K.O. Egal, Geld brauche ich auch nicht Ich fände es gut, wenn der Dark Crystal auch als Power Crystal gezählt hätte So, dann können wir jetzt noch 2 sammeln Ich hoffe mal, da muss ich noch was für kriegen Ne, hallo Scheiße So, was war hier jetzt nochmal Easy, Insane, Crash Speed, yo Muss man zwar jetzt hier auch noch finden Aber er hat jetzt 3 mal gut funktioniert Deswegen geh ich mal davon aus Wird doch die letzten beiden Male gut sein Ach, ich überleg grad, wo Eigentlich kann das gar nicht sein, dass ich irgendwo einen übersehen hab Also mit übersehen meine ich wirklich noch nicht gesehen Weil die Chicken Challenges, die haben mich doch immer schon super quer durchs Level geführt Ne Deswegen hab ich jetzt irgendwie Stehe ich da so ein bisschen auf dem Schlauch Weil im Endeffekt Will ich mir im Internet einen Guide raussuchen müssen Wo man alle Power Kristalle sieht Und jeden Weg nochmal abgeben Welch eine Freude Halt nur schon mal ein bisschen meinen Blick auf Ob ich da jetzt irgendwo schon mal eine Abzweigung oder sowas in der Richtung sehe Hier zum Beispiel Okay, das war jetzt ein bisschen Abkürzung, ne Aber Sei jetzt nicht nach dem Shortcut aus, den ich gesucht hab Au Vielleicht war es aber doch, ne Und da ich nicht der Erste war Ist es natürlich dann das Item jetzt auch weg Weil viel Strecke kommt jetzt eigentlich nicht mehr In der Runde Nein Strecke mag ich nicht so gern Oh, fuck Okay Vielleicht war dies doch Scheiße Hm Das ist mit dem Blick nochmal schweifen Aber es sieht jetzt erstmal schlecht aus, um ehrlich zu sein Ja, ist okay Von mir aus Da unten In der Lava? Okay Warte mal Alter Weg Ich hab da in der Lava ein Item gesehen Habt ihr auch gesehen, oder? Jetzt seh ich das nicht mehr, komischerweise Muss doch nicht Achso, okay Das ist schon keine Koalitionsabfrage mehr Gut, dann sprich ich nochmal darüber Irgendwas war da komisch Ach, verflucht Ich wollte eigentlich nur mit dessen bremsen Ne, es ist nicht mehr da Scheiße Ja, komm We start Yes Yes, yes, yo Bums Alle möchten weg Oh, das ist sehr gut Das ist super Superb Hoffentlich Ich hab leider nicht so viel Wie ich mir alle erhofft Oh shit Ja Fuck you Da Ha, 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 ha Okay Hab ich schweigen gehabt Weil ich dann nochmal so ein Hütchen gekriegt hab Weil der war schon echt drauf und dran Da auch lang zu fahren Sehr gut Ja, gut Jetzt können wir das Ding nachher nach Hause fahren Die ganzen Kometen hier Ey Ja Das kommt von mir aus Gönn ich dir, du Penner Hui Was ich dafür keine Punkte kriegt, ne Weil der war ein Double Backflip Aber wo die Punkte zählen wir In Stuntwaren ist ja eh In Stuntwaren, genau Ist ja eh ein bisschen komisch So Ja 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 Komm, hier frisst das, Biatch Kommt Ptsch Au Zwei Runden gleich auffällig Das hier mach ich dann auch von vorne nach hinten so ein bisschen Weil, äh Die Strecken wären dann nie mal mehr kürzer Uiuiui Warum macht der immer so ein Barrentraining? Warum hab ich eigentlich den Professor Crash? No Der ist total hässlos Nein Fuck Ich hasse dich Final Lab Ach komm, freu dich, ist zu früh EZ ist echt so gedient, ne Ey Sonst immer voll die Kämpfe Gummiband-Prinzip, ne Hat auch jemand geschenkt wie bei Mario Kart Sixty-Fo Ja gut Ja, wir fahren mal den langen Weg Warum auch immer Einfach weil ich's kann, wahrscheinlich Also auf jeden Fall schon cleverer Wenn man dann doch erstmal wirklich das Level sich anschaut Und dann die Strecken erst macht Hallo Wegen der Abgründung So Willst du mich verarschen, Frau? Guck mal, ich kann die einfach einholen Einfach Einfach dran vorbeifahren Und bei normal war das nicht möglich Ah, guck mal Ja, das bin ich jetzt natürlich super viel Okay, komm Niemals Oh, fuck you Ah, hat sie mich noch gekriegt, die Drecksau Ich glaub's nicht Ah Finde ich cooler, wenn die Rennen so ein bisschen Ähm Ja, dann wird's ja zwei Faktoren geben Einmal wäre getötet Ja, nee, das wäre eigentlich unfair Wenn man Wenn man sich dann geklashed hat Dann hat der Der schießt ja immer Vorteile Gut Eine Strecke haben wir noch Und ganz, ganz viel Hoffnung haben wir auch Einzige, was wir da nur einfiele Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Äh Once upon a tire, genau Das einzige, was wir vielleicht noch einfiele Das ist der Verschiesel-Mardissel Skelett Bad Crash Ja, komm Wenn wir uns schon freigeschaltet haben Komm, wir machen hier Dass wir vielleicht im Midrater noch irgendwas haben Wenn wir alles andere haben Ist ja so Ne? Jetzt müssen wir eigentlich 99,99999% haben hiernach Als wir dann irgendwo nochmal Letzten Kristall Vielleicht dann von so einem Hühnchen bekommen Oder was weiß ich Ist mir auch egal Ich hab sonst keinen Plan Das ist halt das Blöde Da hat man hier auch keine Übersicht von Leveln hat Was man wo jetzt holen kann Dann gucken wir mal hier nachgucken Und denken Aha Obacht Da fehlt noch was Aber nee Gibt's hier ja nicht Im Endeffekt kann ich das ganze Spiel nochmal durch Eiern ey Scheiß Ich find's aber cool Das ist mir jetzt aufgefallen Dass die Waffen-Items Je nach Welt anders aussehen Great Schade Achso Das war schon der Den ich tötete Was ist denn da gerade passiert Durch den Kronleuchter Na Dann halt nicht Da seh ich mich an An das U-Level Aus Crash Nato Kart Ja, hab auch wirklich Bock drauf Ey, ich muss auch wieder streamen Auf jeden Fall Achso, bei Dark Souls bin ich jetzt übrigens das erste Mal durch Ähm Schon seit längerem Bin auch schon im zweiten Spiel durchgang Hab auch schon den Den Level-Glitch genommen Weil ich jetzt einfach nur die restlichen Trophäen holen möchte Aber ich hab auch Äh, unbewusst Ups Wow Unbewusst gecheatet Weil ich wollte eigentlich das einmal komplett durchspielen Ohne irgendwelche Cheats zu benutzen Einfach nur dran Oder ohne die Glitches zu benutzen Und dann beim zweiten Mal Welchen Trophäen sammle Dann wäre die Sache schon für einfach Also was, wie, weiß ich Alle Waffen holen So ein Kram Und Sachen, die ich vielleicht übersehen habe Ja, aber Ich hab einen NG noch gar nicht besiegt gehabt Das wusste ich gar nicht vorher Da gab's wohl noch was Geheimes Ja, das hab ich so nicht auf dem Schirm gehabt Ärgerlich, ärgerlich Aber Ist halt so So Dösen wir einmal hier lang Bitteschön Das Ding nur nach Hause fahren Hui Nicht schlecht Der war ganz geil Muss ich sagen Haha Aber gibt's direkt die Rache Los Hau Ich hau einfach vor der Rakete ab Komm mir mal Bitteschön Oh oh Ich will wieder durch die Spieluhr fahren Das war eigentlich ganz cool Kann mir gefallen Wobei ich die Hempum einfach komplett zerstört Habe Pumps Hehehe Hä, wäre ich heute auf jeden Fall noch Ähm Nächstes Mal schön Ein bisschen Spongebung digitalisieren Und dann schon mal alle Projekte vorbereiten Vom Adventskalender Ich will jetzt mal jetzt keine Webcam Bilder Dieses Jahr machen Weil die Die Posen Jedes Jahr ist es immer wieder neu Weil das wollte ich mir dieses Jahr zumindest mal sparen Vor allem geht ja auch langsam mit Alien entgegen Weil ich habe ja immerhin schon Ich bin im vierten Jahr, ne Heißt 96 Spiel habe ich euch schon vorgestellt Selbst da bin ich die Auswahl langsam ein bisschen enger Äh Mit den Sachen Die ich euch zeigen kann Also wo es sinnvoll ist Kann ich natürlich zigstens Spiel zeigen Die ich noch nicht playen will Aber macht ja überhaupt gar keinen Sinn Au Bums Ah, ich dachte ich krieg's kaputt Schade Ja, aber das mit den Mit den Bildern Mit den Webcam Ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer Weil da Ich habe 96 mal Das gleiche Fressbrett sehen Weiß ich nicht Also ich packe jetzt mal Bilder rein Aber Das sind dann einfach Eher gediegene Normale Vielleicht für Heilig A Mach ich dann vielleicht bei anderen So Und Ja, okay, noch nicht Erstmal müssen wir noch hier drüber Ich mag das zuckende Auge vom Frosch Fehlt mir So Und Level Geschaffte Bums Hervorragend Oh, ey Das ist echt gediegen Auf einem Ich habe mir da jetzt eigentlich Mehr Probleme erwartet Also nicht erhofft Ich befürchte jetzt glaube ich Der richtige Begriff Gut Jetzt haben wir eigentlich alles Wo ich weiß Was ich holen kann Aber es fehlt ja immer noch Ein Kristall Und jetzt Freunde, nacht Stehe ich mich auf dem Schlauch Muss ich leider sagen Ich habe nämlich Keine Ahnung Was ich ihr noch machen kann Warum bin ich Franzose? Fuck Ich meine Edelstall wäre natürlich auch nicht angezeigt Hier, ne Das ist ja Sehr langweilig Vielleicht kann ich mich hier wieder rausholen Das wäre natürlich geil Achso, das war ja Ja, das war ja Ja, das war ja Stimmt Ja, gut Ich dachte Ich dachte, da kommt jetzt vielleicht Also nicht, ich dachte Aber das wäre schön gewesen Wenn es hier eine Meldung kommen wäre Von wegen Ja, du hast jetzt alles andere geholt Hier Als Belohnung Der letzte Kristall Der hier noch fehlt Fehlansteige Da darf ich es jetzt nochmal gucken Ja, wo die Abkürzung freigeschaltet worden ist Aber das kann ich auch nicht Der wird auch nicht sein Weil der war ja hier oben, ne Oh, ist ja alles zu wieder Das, der macht dir gar keine Sinne Komm, puff Wir haben ja fünf Welten, ne Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss So, schauen wir mal Vielleicht Das wäre natürlich egal Wenn wir jetzt hier irgendwo einfach was sehen Ich muss ja nicht mal zu wissen Wie ich da dran komme Wäre einfach nur schön Schon mal überhaupt was zu entdecken, ne Oh, ne Naja Also ich rechne mir ja keine Keine sehr großen Chancen aus Das jetzt hier ohne weiteres zu finden Wenn wir jetzt da nochmal gucken Dann gehe ich nochmal zu dem Bereich Mit den Kisten Weil da kann ich mich noch dran erinnern Da habe ich, ähm Ist ja nicht geschafft Irgendwie da hinzukommen Als ich das Also das erste Mal In dem Level hier drin war Hier kommen wir auf jeden Fall wieder zurück Ach komm, gehen wir hier für Keks Ich lasse dich jetzt in Ruhe Kann ich hier vielleicht rein? Ne, kann ich natürlich nicht Ist ja klar Wäre auch zu schön Ich bin mal in der Windel Aber Hauptsache ich habe Schuhe an, ne Ui Ich werde es immer irritieren Wenn man Schuhe anhat Aber keine Hosen Ein pornografisches Problem Ähm Warte mal Tadaa Letzter Kristall Nein, natürlich nicht Das wäre auch wirklich zu schön gewesen Ui 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 Ist ja auch einfach geil Wenn ich mich verzählt habe Und ich irgendwo für zwei Kristalle bekommen hätte Aber das glaube ich nicht Ah, da wird auch nichts sein Das glaube ich nicht Oh Mann Ja, ich würde das auf jeden Fall gerne heute noch schaffen Ähm Weil jetzt für ein Kristall Wenn ich wirklich nur einsammeln muss Wovon wir Ach guck mal, hier ist er So, fertig, tschüss Wäre ja auch Käse Welche von der, äh Von der Chicken Challenge Oh, der war ja auch so ein bisschen Ah ja auch ein bisschen rumgeeiert Oh mein Gott, Kamera Lass dich bitte kontrollieren Näh Alter Ich bin schon an der Wand So, aber hier ist auch nichts Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich Aber Was soll ich machen Ist halt so, ne Ja, ist okay Ich hoffe mal, dass ich jetzt vielleicht irgendwie Mittlerweile einen Kommentar gesehen habe Von wegen Ey, Dennis, du hast ja einen Edelstein übersehen Einen Kristall Das ist das Erste, was ich gucken werde Alternativ Also ich meine, bis ihr hier seid Ihr habt das mal garantiert Ihr wisst wahrscheinlich schon ganz genau, welcher mir fehlt Ich weiß jetzt halt noch nicht, ne Ich meine, ist aber halb so wild Das finde ich schon irgendwie raus Klar Trotzdem ist das müßig Müsli ist das So Ich habe das nochmal gemacht Ich bin von da aus nach Darker sprungen Hup Hup Ne, der funktioniert übrigens nicht, ne Habt ihr mir Meine kompletten Hoffnung Weggenommen Wäre vielleicht erst mal clever gewesen Sich hier erst mal umzuschauen, oder Kein Kristall Nobody home So ein Sheet Wofür kann ich hier drauf? Aha Ne Mann Ich habe bis kurz vor die Hoffnung gehabt Ich habe gedacht Aha, aha Muss doch einen Sinn haben Aber nein, hat es nicht Leider nicht Aha Mamo 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 Stein und so, ne Bist du Bescheid Äh Ah 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 Oh gut Krieg's nicht hin Scheiße, ey Fuck Ja, gut, komm. Hier ist nix mehr. Das Thema hier ist durch, leider. Die haben mich auch schon geholt. Da ist mal der Los Schaltos Maximus Musik macht es nicht gerade besser. Nun. Ich bin deprimiert. Okay. Gut. So, lasst uns dann wenigstens nochmal einen Blick auf das Hauptmenü werfen. Also, unser Spielfortschritt. Ui, 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 ui. Boah, ist das Scheiße. Einverfegter Kristall. Warum kann man sich das hier nicht anzeigen lassen? Was jetzt wo ist? Was mir wohl noch fehlt? Es tut so weh.